Rückblick und Vorschau. LIDER – ein Erfolgsprojekt. Bei herrlichem Wetter treffen sich Anfang September zahlreiche Akteure und interessierte Bürger im Kloster Drübeck, um sich über Projekte und Möglichkeiten der europäischen LIDER-Förderung zu informieren. LIDER ist eine gute Möglichkeit, Projekte im ländlichen Raum zu fördern. Das machen wir schon seit vielen EU-Förderperioden und dabei haben sich Netzwerke gebildet, die sehr erfolgreich arbeiten. Wir haben sehr viele engagierte Menschen mitnehmen können, die Projekte entwickeln und ich glaube, dass wir auch in dieser Förderperiode noch mit LIDER sehr viel bewegen können. Angelika Fricke von der Landesgesellschaft Sachsen-Anhalt für die LIDER-Region Harz und Michael Schmidt für die LIDER-Region Nordharz sowie rund um den Hü führen gemeinsam durch die Veranstaltung. Mit dabei sind ebenfalls die drei Vorsitzenden der lokalen Aktionsgruppen. Rainer Hochapfel zum Beispiel hat auch für die neue Förderperiode den Vorsitz für die LAG Harz übernommen. Mich motiviert auf alle Fälle, dass ich mithelfen kann, Menschen in dem ländlichen Raum, die irgendeine Idee haben, aber nicht so genau wissen, wie sie diese Idee zur Wirklichkeit werden lassen können, mit auf den Weg zu bringen. Und das trotz aller nicht immer positiven Begleitumstände von Seiten der offiziellen Stellen. Nein, so muss man das also mal hart sagen. Wenn man die vielen, vielen Hindernisse sieht, die also auf die Leute zukommen, die etwas machen wollen in Richtung LIDER, dann könnte man manchmal verzweifeln. Und das ist meine Motivation, nicht verzweifeln, helfen und trotzdem Dinge auf den Weg bringen. An welche LIDER-Projekte der Vergangenheit erinnern Sie sich besonders gern? Ja, eins, das war heute schon Thema von Pfarrer Wachter, die Winterkirche in Königshütte. Das war also das Erste, wo ich so als LIDER-Vorsitzender, als LAG-Vorsitzender die Eröffnung mitmachen durfte. Und da bin ich hingefahren mit der Meinung, naja, jetzt wirst du also als Edenthal der Königshütte Leute, alte Damen vorfinden. Es war nicht so. Es war eine Fülle von Jugendlichen, die der Pfarrer Wachter dort hinter sich gebracht hat, die dieses Objekt in Besitz genommen haben, genutzt haben. Und das hat mir doch positive Anregung gegeben, dass ich gesagt habe, guck an, also LIDER kann auch für die Jugend was tun. Und wenn es über die Kirchen ist, nicht nur für ältere Menschen, sondern für alle Generationen. Für die Zukunft erhoffe ich mir, dass man an manchen Stellen, wo man Verantwortung trägt für das Herausgeben von Vorschriften, von Kontrollmechanismen, dass man dort die Dinge mit etwas mehr Herz und Vernunft handelt und nicht immer Buchstaben des Gesetzes sieht. Das erschwert die Sache sehr. Und hier könnten wir sehr viel erleichtern und bestimmte Dinge noch schneller auf den Weg bringen, wenn sich das ändern würde, dazu brauchen aber diese Verantwortlichen selbst mehr Mut. Mut zur eigenen Entscheidung, weg von zu starrer Beachtung irgendwelcher europäischer Regelung. In der Scheune des Klosters ist der Marktplatz der Projekte aufgebaut. Erfolgreiche Träger aus allen drei LIDER-Regionen stellen ihre umgesetzten Ideen vor. Der europäische Kerngedanke von LIDER ist das Engagement der Bürger auf lokaler Ebene zu unterstützen. Privatpersonen, gemeinnützige Vereine und Kommunen setzten in der Förderperiode von 2007 bis 2013 zahlreiche Projekte um. Diese stärken durch Grundversorgung, soziales Engagement, Herstellung regionaler Produkte, Naturschutz sowie Tourismusangebote die Heimatregion. LIDER ist ein Erfolgsprojekt, weil es die Menschen, die in einer Region leben, beteiligt, ihre Projekte vorzustellen und andere wiederum entscheiden darüber, ob diese Projekte umgesetzt werden. Und ich bin ein Fan von LIDER, weil das auf diese Weise wunderbar funktioniert, weil man viel mehr Verständnis für die Projektträger hat und auch für die Belange einer Region. Welche Projekte zum Beispiel wurden umgesetzt? Also in dieser LIDER-Region rund um den Hü, sie ist jetzt in der dritten EU-Förderperiode, haben wir etwa 200 LIDER-Projekte im Laufe der Jahre umgesetzt. Sie jetzt im Einzelnen aufzuzählen ist schwierig, aber ein sehr schönes Projekt ist hier im Bereich nördlich vom Hü entstanden, in dem Ort Rosheim. Dort ist eine Vierseithofanlage wieder in Betrieb genommen worden, saniert worden. Und nicht nur saniert worden, sondern es ist dort ein regionales Produkt entstanden, nämlich aus den Streuobstwiesen Marmeladen, Säfte zu machen, aber vor allen Dingen auch Liköre und Schnäpse. Eine weitere Aktion der LIDER-Region rund um den Hü war das Kooperationsprojekt Wandern verbindet. Gemeinsam mit der ILE-Region Nördliches Harzvorland aus Niedersachsen wurde ein Wanderkonzept zwischen Hornburg und Osterwig erarbeitet, das dann ausgeschildert und mit Rastplätzen versehen wurde. Die LIDER-Region Nordharz ist die älteste von den drei LIDER-Regionen. Sie ist jetzt schon in der vierten EU-Förderperiode, hat also lange Erfahrungen mit LIDER. Ein Projekt, was ich hervorheben möchte, befindet sich hier im Selketal. Das Selketal ist ja neben dem Bodetal eines der schönen Harztäler. Hier stand eine denkmalgeschützte, ruinöse Scheune und dort hat ein Ehepaar einen Waldgasthof errichtet, den ersten vegetarischen Waldgasthof überhaupt im Harz, in dem sie unter anderem diese denkmalgeschützte Scheune wieder rekonstruiert haben, ausgebaut haben und zu eben diesem Waldgasthof entwickelt haben. Wie gesagt, alles produzieren sie dort selber mit regionalen Produkten und eben alles vegetarisch. Für mich bedeutet LIDER, in einem Satz gesagt, der schönste Beruf der Welt. Man lernt so viele interessante Leute kennen, so tolle Ideen und wenn man ihnen dann noch helfen kann, diese Ideen umzusetzen, was gibt es da noch Schöneres? Warum ist es ein Erfolgsprojekt? Weil wir in der letzten Förderperiode 2009 bis 2014 wirklich richtig viele tolle Projekte umgesetzt haben. Ich denke da zum Beispiel an die Seniorenbegegnungsstätte in Wasserleben, wo aus einer alten Kaufhalle, die über Jahre leer stand, dann eine Begegnungsstätte geworden ist und angegliedert auch noch vier Wohnungen, Seniorenfreundlich, barrierefrei und es wird super angenommen. Also die Bevölkerung ist dankbar, dass die Frau Lindemann damals diese Idee umgesetzt hat und wir haben uns gefreut, dass wir es unterstützen durften. Interessant war auch in Wasserleben das Projekt der Familie Siebeck, wo heute die Pilgerherberge entstanden ist, wo das Minikenhus, also das Oma-Minna-Haus, so erhalten werden konnte, wie es tatsächlich gebaut wurde. Eines der ältesten Häuser in Wasserleben und dort kann man heute wohnen wie im Museum. Und vielleicht noch ein drittes Beispiel aus dem Oberharz, an der Radbode-Talsperre. Alle kennen die Situation auf dem Parkplatz und die Toiletten dort und mit viel Engagement und ein bisschen um die Ecke denken, ist es uns gelungen, auch dort das sogenannte Infoklo zu etablieren, also eine Außenstelle der Touristinformation. Und auf diese Weise konnten wir dort auch für ordentliche Toilettenverhältnisse sorgen. In der neuen Förderperiode von 2014 bis 2020 stehen weitere Projekte auf der Wunschliste. Alle Bürger der drei Liederregionen sind gefragt. Ihre Ideen sollen bis zum 15. September eingereicht werden. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wurde unter anderem schon für das Erlebniszentrum Bachforelle erteilt. Auch die Neugestaltung des Infopunktes für das Kloster Drübeck wurde bereits genehmigt. Architektin Margit Hottenroth führt interessierte Besucher über die Baustelle. Das Liederprojekt Kloster Drübeck beinhaltet Außenanlagen zum einen als Empfangsgeste für die Gäste, die vom Parkplatz über den Nussgang hier das Gelände erreichen. Und zum anderen den neuen Infopunkt, der hier den Gästen auch entsprechende Informationen und Material zur Verfügung stellt und gleichzeitig die verschiedenen Infopunkte und touristischen Punkte der Umgebung vernetzen soll. Wir haben vor einigen Wochen schon begonnen mit der Maßnahme und als wir hier diesen Bereich jetzt freigeschachtet haben, um diese Außenanlagenverbindungen zu schaffen und auch die Möglichkeit für die Baufahrzeuge, Baustelleneinrichtungen, ist leider der unterirdische Mühegraben in Punkten desolat. Und wir mussten an der Stelle reparieren und mussten da eine Notsicherung und Erstsicherungsmaßnahmen durchführen. Aber sind dadurch Zeit in Verzug geraten. Neben Fachvorträgen hält der erste Informationstag noch weitere Überraschungen parat. Fünf Teilnehmer des Gewinnspiels erhalten zum Beispiel attraktive Preise, unter anderem ein Wochenende im Kloster Drübeck sowie Konzert- und Eintrittskarten. Für alle Teilnehmer gibt es eine leckere, speziell vom Küchenchef Michael Friedrich kreierte Liedersuppe. Natürlich mit Zutaten aus der Region, gewürzt mit europäischen Gedanken. Alle löffeln gemeinsam die Suppe aus, was symbolisch zu einer Tradition werden soll. Eine Nachbildung des Suppentopfs wird deshalb Heike Schoch übergeben. Sie vertritt die LAG Nordharz. Unter ihrer Leitung findet der nächste Informationstag statt, der sicherlich wieder eine gelungene Veranstaltung mit zahlreichen Gesprächspartnern und vielen Informationen rund um Lieder werden wird. Dann würde ich mir wünschen, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen zum zweiten Lieder-Infotag im Nordharz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017